Hallo, ist Düsseldchen hier? Ich hab irgendwas komisches gedrückt. Nein. 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 Grün, rot? Grün, rot. Ach, egal. 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 Ich krieg das irgendwann wieder auf die Reihe. Ihr müsst nicht verstehen, was ich gerade gemacht hab. Ich weiß es gerade selber nicht. Hat das irgendeinen Sinn, dass du da rumfliegst? Anscheinend nicht, ne? Yay, gib mir einen Pils. Ich schaff's nicht, in die Linie zu springen. Aua, mein Finger hat sich geknallt. Fucking Tisch. Okay. Da, 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 da. Nein, gab es Level. Down by the River 2 ist das, oder? Ich hab nicht hingeguckt. Nein. Wir wissen, den wollen wir nicht. Peace, Rhinozeros. Peace, Chuck. Peace, Sprungbrett. Ciao, Chuck. Oh mein Gott, den wollen wir auch nicht. Bam, bam, bam. Okay, wir wollen, genau das hier wollen wir. Wir wollen die Blume hier. So, was wollen wir von da hinten? Komm schon. Gar nichts, okay. Oh. Nein. Mario. Luigi sagen wir viel Witze, ja. Hm, hm. Hm, hm. So. Mario. Du bist so schwul, das glaubst du gar nicht. Ja, komm, lauf einfach durch. Oh, das ist fucking. Fucking unawesome. Oh, nee. Oh, nee. Was? Was? Leute. Leute. Nein. Das ist auch fucking unawesome. Ah, okay, doch. Es ist fucking awesome. Das ist okay. So, ich habe heute irgendwie den Musi mitsingen. Day. Blablabla, blablabla, blub. Komm, gib mir Gifpilz. Oh, ich wollte aber ein Gifpilz. Ihr seid alle schwul. Oh, es klingelt. Oh, es klingelt das Telefon. Oh, Gott. Leute. Es ist mir schrecklich, ob das Telefon klingelt. Ihr müsst es ertragen. Ich gehe nicht ran. Ich gehe nicht ran. Ich will nicht ran. Seht ihr, ich muss nicht ran. Ist schon jemand unten drangegangen. Meine Güte. Telefon. You fucking fuck me, ey. Fuck me up. Schon letztes Mal hat es geklingelt. Da war es aber das Faxgerät. Jetzt wisst ihr, wie mein Telefon klingt. Ich habe zwar schon mal... Warum passiert es ja nicht immer bei Mario? Das ist schon bei Mushroom King 1 passiert. Das ist uncool, ist das. Richtig uncool. Unawesome und sowas. Meine Güte. Beds. Okay, weiter geht's. Oh, cool. Bonus Level. Yeah, ich verkacke das Bonus Level wie immer. Oh, toll. Zwei Leben. Yeah. Doomship. Oh, mein Gott. Doomship. Ich erinnere mich an das letzte Schiff. Es war ein Scrolling-Level. Die Musik gefällt mir nicht. Was ich noch mehr hast als Geisterhäuser? Schiffe. Wirklich. Ich dachte, ich dachte, ich kann nicht über das Ding laufen. Ich kann nicht über das Ding laufen. Fuck you. Bomb-Omp. Bomb-Omp. Ja, so heißen die Ding. So. Oh. 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 You freaking fuck me. Nein. Hab ich gesagt, ich... Hab ich... Hab ich gesagt, ihr sollt mein Leben ficken? Nein? Nein? How tut ihr das dann? Das ist freaking not all... Ich hab das jetzt... Für was bitte gemacht? Um einmal eine Münze zu bekommen? That... Is... Not impossible. That... That is... Fucking... Fucking... Suck... Suck... On... My... Penis. Oh gut, ich hab keinen Penis. Schau, sie. Oh. Ich bin kein Junge. Ich kann sowas nicht sagen. Das ist uncool. Wenn ich mir, ist es doch uncool, ein Junge... Ein Junge, genau. Ein Mädchen zu sein. Ein Junge zu sein, ist immer uncool. Ja, gut, fast immer. Ja. Heppa. Ja, genau. Dussel, spring genau rein. Ja. Ja. So kennen... So kennen wir dich. Ja. So warst du schon immer in deinem ganzen... Dammit, Lela. Ach komm. Never have. Du warst noch nie sonderlich. Begabt. Schlau. Whatever. Fuck you, Alter. Fuck you. Bitch. 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 Die ärgern mich. Will ich jetzt gegen was kämpfen? Warum musste ich nachfragen? Du, stirb. Oh cool, jetzt will ich Kekse. Das wird jetzt auch so schwer. Buchkämpfer sind immer süß, aber... Ja. Einfach. Es ist rot. Es ist rot. Ich gehe hier lang. Mir ist danach. Kann ich hier rein? Es ist rot. Es ist rot. Leute. Freaking unawesome. Cooper Bro. Fuck you. Cooper Bro. Nein, du bist Bumerang Bro. fucking unawesome, Bumerang. Oh, das ist auch unawesome. Mit einem Paragumba eingesperrt zu sein. Nein, hier ist auch nichts drin. So. Ja. Hier auch nicht. Hier, warum... Warum versuche ich dann immer, jede Röhre zu... Gucken, jeder Röhre nachzugucken, wenn ich irgendwo... Weiß das... Das Lär... fucking unawesome. Habe ich das eigentlich schon mal... erwähnt? Dass das fucking... unawesome ist? Peace, Spiky. Ja, dann sieht ich auch immer so arg. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Okay. Das ist dein Vortrag. Wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir den Schlüssel auch finden. Oh, das war jetzt so schwer. Was ist das? Small Desert. Kleine Wüste. Ah, ich will Stopp machen. Und dieser Wüste widmen wir uns nach einem kleinen Schnitt. Bis gleich.